hallo und herzlich willkommen ich begrüße euch wieder zu change the game wir spielen winning put ist ein free to play und das ganze ist ein product placement von daher schwupp so dann gehen wir einfach mal auf den besten server den ich jetzt hier finde ich habe das schon mal ganz kurz angeguckt das ist alles leider in englisch und ich habe mir hier auch eine dame schon zusammen gebastelt wie sie ihre hüften bewegen kann aber und jetzt kommt ich habe da was für euch ihr sollt mir mich hier ein charakter erstellen davon macht die einen screenshot und packt es unter das facebook teaser video und dann könnt ihr eine von zwei tastaturen von rocket gewinnen ja so sieht es aus das heißt einfach mal dieses video bei facebook liken teilen und euren charakter den ihr erstellt habt macht ein screenshot und packt es einfach unten drunter und wir machen denn sozusagen eine eine mode modenschau pipapo hast du nicht gesehen machen wir vielleicht im live stream oder so aber auf jeden fall werden die gewinner dann in facebook angeschrieben ihr könnt einfach einmal einen weiblichen und einen männlichen charakter und nachher heißt es dann wir haben eine rose für dich und ihr habt ein bild für uns also einmal ein weiblicher einmal ein männlicher charakter kann halt jeweils eine rocket tastatur gewinnen aber ich habe für euch auch sieben starter packs für das spiel ist und special für anfänger da hat man einmal special shiny stone of nobility irgendwie 100 löcher das heißt zusätzliche boni bei 30.000 gold wenn ihr das irgendwie aufladet fünf energie riegel damit du schön mit mehr schwung loslegen kannst denn 20 the one golf balls verbessert die weite und die genauigkeit so ich habe mir aber schon einen charakter erstellt und sie heißt maria magdale so start the game baby so dann kann man ein tutorial machen ich kann euch leider nicht allzu viel dazu erzählen weil mein englisch ist nicht so gut ich bin hier raus gelaufen habe erst mal ein bisschen sonne getankt und dann kannst du kannst dann halt hier wieder zurück laufen und wir machen jetzt einfach mal so ein spielchen ich denke mal das tut toll das muss ich euch jetzt nicht zeigen irgendwie macht nicht so viel sinn ich weiß es ist ein bisschen hardcore dass ich sie hier in unterhöschen rumlaufen lasse aber es ist schönes wetter leute ja seid mir nicht böse es ist schönes wetter was ihr hier seht sind natürlich auch alles andere spieler so ich mache jetzt einfach mal play alone dann gibt es hier immer so ein paar nette tipps und schauen muss das ganze mal an wenn ihr diese codes haben wollt schreibt es einfach mal bei youtube unter dem video in die kommentare hey ich habe mir das spiel angeguckt für das gut kannst du mir so ein starter code geben irgendwie und dann gucke ich nach einer weile unter dem video und schreibt euch denn einfach auf eurem kanal an also müsst ein bisschen darauf achten ich schaue euch den an und dann so let's do that so das heißt hier oben wird der wind angezeigt von wo er kommt und dann hier einfach noch das gelände ja so ganz dolle wie gesagt verstehe ich das noch nicht aber der wind kommt von da das heißt wir müssen ein bisschen weiter rüber und dann muss das auf 100 prozent treffer und jetzt nicht verreißen ein bisschen habe ich verrissen aber der war nicht schlecht der schlag wir sollten wir sollten es eventuell schaffen mit vier oder fünf schlägen irgendwie zu lochen ich liebe lochen okay und ab dafür wo ich habe jetzt nicht auf den wind geachtet und auch noch verrissen und jetzt könnt ihr mal gucken jetzt seht ihr das war knapp im sand also der wind kommt schon stark von da ich mach mal so ein bisschen mehr power knapp drüber bleibt drinnen bleibt drinnen bleibt drinnen so jetzt wird es spannend schauen wir mal das heißt es ist plus 0 4 soweit ich das verstanden habe hat jetzt das gelände ein bisschen abschüssigkeit nach da das heißt ich muss einen kleinen takt nach da gehen ich bin genau drauf aber die reichweite reicht nicht das ist das was ich jetzt nicht verstehe aber hey das ist mir in der ersten runde nicht passiert so machen wir mal die nächste nächste geschichte okay der wind kommt von da das heißt wir gehen wir ganz klein wenig nach hier und abschlag und abschlag das war knapp das war knapp noch auf dem fairway also ich würde ja gerne mal in in echt mal golf ausprobieren habe ich noch nie gemacht habt ihr es gemacht könnt ja mal in die kommentare schreiben jetzt hätte ich bei einem abschlag verpasst hier aber das sieht gut aus damit können wir leben okay der wind kommt von da deswegen gehe ich ein bisschen weiter hier rüber und ey das war ein volltreffer und das hohohoho baby und komm loch ein ne schade jetzt bin ich mal gespannt also es fällt ein bisschen nach da ab das gelände nach da das heißt wir gehen in ganz kleinen tacken nach da und geben diesmal ein bisschen mehr schwung ja jetzt gibt es ein bogey und sie freut sich nicht die süße die süße pinke maus die süße pinke maus so machen wir das nächste loch ich weiß nicht wie viele löcher da jetzt sind bis es bis zu ende ist aber hey und wir haben wieder wind ich gehe ein bisschen rüber aber nicht zu viel versuchen wir es treffer aber aber wir sind recht nah dran hier an der geschichte ich versuche es einfach mal also der wind ist schon ganz schön stark was ich nicht verstehe ist jetzt der wind kommt von der also ihr guckt euch mal die fahne an und dann guckt euch mal den baum daneben an in welche richtung der weht auch nicht schlecht ha 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 egal ich versuche es zack und bäms oh oh der war knapp der war bei der dritte gewesen scherz okay jetzt heißt es minus eins irgendwie vertue ich mich da dauernd aber ich versuche es jetzt einfach ja der war zu kurz Tino der war zu kurz oder auch ne nicht zu kurz aber irgendwie ist er noch dran vorbeigerudelt das heißt diesmal war es minus das heißt ey ich raff das nicht ohne scherz also wenn er da jetzt vorbei geht dann weiß ich es nicht boogie boogie heißt anscheinend irgendwie dass man dann immer noch einen schlag zu viel gemacht hat aber gut na gut ich hoffe es hat euch gefallen generell ich will jetzt nicht irgendwie zu langes video daraus machen ich hoffe es hat euch gefallen mal was völlig anderes irgendwie und ich wünsche euch ganz viel Glück beim Gewinnspiel in dem ihr da eine von den beiden Tastaturen gewinnen könnt oder halt so ein Einstiegscode jo dann vielen dank fürs Zuschauen und haust dir hin bis zum nächsten mal tschö